5 und scheiß aber auch haben zum zum Beispiel der Schuss nicht muss auch sein sowohl so muss das sein und sind ja wohl nicht so hat auch ja und so muss es sein Hallöchen an die Hallöche Popöchen willkommen zurück zu Lett for the 2 2 mit breiters auch kurz und umso los so sieht aus alli hallo ich kann mich voll nicht an die steuerung mehr ja ich auch nicht abruf wie er genommen zuerst fühlte ich mir das ein oder ist meine grafikultrascheiße zum Glück benutze ich bei Minecraft fast die gleichen Zeit ich gleich muss doch bei Neverwinter zum Beispiel ist F aus irgendeinem Grund interagieren ich drücke die ganze Zeit F um Sachen auszunehmen und mach mal die ganze meine Taschenlampe an er ist haltex-standards zum interagieren und die zählen für die die Tomis oder wir haben die Apokalypse überlebt ausreichend und ohne in diesem Weg die Taste zum Ficken ich meine 5 Uhr so was darfst du doch gar nicht sagen deine Zuschauer sind maximal für die 3 die 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 wo ist denn eigentlich nicht hätte drehen hat es mir eine Auflösung verstellt und das ist mir zu seltsam das ist 1600 glaube ich ja 1600 mal 900 hallo Charger oh ne ne Alter meine Schuss Geräusche sind etwas zu laut gucken gehen jetzt eben deswegen habe ich mein Spiel leiser gestellt jetzt hört man die Dialoge zwar kaum weil das Spiel das nicht und auch bei mir geht das beides das Spiel kann man nicht nach einzelnen Regeln wir sind wieder richtige Pros am Werke auf jeden Fall so rechtlich ich hatte dich um so los doch nicht aber auch nicht gut ich bin irgendwie mal raus da wer hinter dir standen so viel Zombies und doch mal hau ich immer um ausnahmsweise war in solchen Momenten ist immer positiv wenn man nicht auf eine Art doch was streckt schon so die Hände danach aus die Bratwander ist nicht Bratwander ist vielleicht witzig so ein bisschen aber hier aber ja aber nicht gut 8 lustiges Klob da kommt was ich hab grad was und ein Stück der sich glaub ich zu erklärt uns die getrunken hat hat ihn gekürzt ne da oben auf dem Dach ist es ist was und geht es auch hier alter wieder gejumpt ist wirklich und ich gucke ihn genau an und ich hätte gern da 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 Leck 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 ja und ich wette sie hat schon ein Medi-Pack verballert die Scheißnotte nee das musste noch o hier nämlich noch was über Ball hat meine Brandboni Note bei dir aus dem Haus ich hätte die Brandboni aufgesammelt so Lerner immer in der Lärmste Lade Lade nach das ist doch noch so komische Spezialinfizierte wo es gibt und so war die das aber hier gab es doch diese so fischer stirb ich schlag dich ich schlag dich nein du schlägst mich nicht wo bist du denn da da war dieser typ grafik ist bei mir voll seltsam so richtig ultra schlecht und die tonqualität ist ein bisschen also wenn es flimmert dann ist das normal das gehört sich so nein das meine ich nicht auch irgendwie wie ich laufe irgendwie ich laufe und die leiten immer noch ein stück weiter der dann der internetverbindung ist dann nicht kompletter und oder du hast zu wenig man weiß nicht das für sie ist die gau es gibt nur noch eben weil ich habe ich habe ein du bist der mainstream okay was müsstest du mal machen meine audio einstellungen ändern und das wäre dann wenn wir alle weiter wir halten Stellung also ich würde sagen die erste Folge geht so 30 Minuten ja ich glaub so aber zum Glück kann ich ja endlich über 15 Minuten folgen hochladen auf jeden Fall Adrenalinschuss Adrenalinschuss eine wenn wir tun ich schubst dich raus ich bin ein schön Jockel ich trau ich mich nicht mehr raus komm wir werden ihm in die Arme weil er hinter uns ist da ich sehe da ist ah das war klar Super Kestil Prozent Provenzten ist der Nutzung Prozent und Super ich habe noch Brommern ich habe so aus Versehen erwischt ich habe auch noch Brommern über schießen selber er ist in der Bundesliga der war er hätte auch mal ein Wettbewerb das Ende nach unten auf den Fluss oder nach oben Prozent aber die Klammer Guck doch mal ich habe auch schon gemerkt dass er sich in Prozent aber auch gut gemerkt aus dem Kreis hat an mir vorbeigelaufen ist auch einer hallo kommt nicht aufs Auto ja genau eiskalt daneben Prozent er läuft auf mich zu und Prozent springt auf und soll aus Prozent er so umdrehen und die Kumpel und Spezi ich spüre schon die Säge nicht mehr vor die Flinte laufen ich schuld mich jetzt was immer es ist auch für die Brauropa Spielplatz Prozent er braucht damit er nicht heute hier kommt ein Tänk um hier kommt ein Tänk glaube ich so der hatte mich dann hier richtig reingebäschte erhängt oben an der Form das weiß ich noch nur musste um auch vor Schiener zu weg dann allein machen weil ich am Anfang vom Tänk weggebäschte er hat sich das ich bin dann irgendwann später im Kackklo wieder überlegt worden ich bin dann irgendwann später im Kackklo wieder überlegt worden das ist das schnatterer schnatterer tank was ich bin der trocken Tänk schnatterer schnatterer tank wir müssen aufsach was 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 wo denn was genau ich werfen wollen mit Explosionsmöglichen ich würd gern zurück in dieses Scheiß au Alter warum geht die Nutze dann rein? das war super verprügelt das ist ein Verprügelt das ist ein Verprügelt scha-cha scha-cha ach der Scha-cha kommt hier rein hao hey der hat mich runtergebrochen was hat das denn Asi der durch die Wand oder was hä der kann auch hochgeklettert hat mich runtergezogen ach so der Zombie jetzt lass mich in Ruhe dann so ihr seid etwas slowlife deine Mutter ist slowlife ja sowieso Alter yo jetzt geht die Party auf ähm ähm geht ja weg man ah Hilfe ah hab dich wo bleibt der Tank den haben ich muss ich muss erst noch aufs Klo das Boot ist da haste đây die du was er sind gefallen er ist gefangen ich hole ihn ah gut ich würde Scheiße das noch bitte dort und die Sonnenswächse und ich hab noch drei Lein ihr das jetzt schreckt Meilen wollen auch schon mal eine neue Waffe hast du hier ist eine Waffe wenn ihr wollt Juppers die Zürmer Muni mehr nur die Neune und andere Waffe dadurch dann kommt und ich will ich glaube die ist auch besser die Körner schon starten doch nicht abhängen ja doch startet Prozent das war ich hätte die Zeit starten können wo ich jetzt nicht mehr auf die Bank dass die welche zu groß springen auch setzt euch doch erst dann stürzt du ausspringen dann stürzt du ja du kannst nicht schwimmen ich habe das sein 9 ich glaube ich probiert auch dafür fehlt das gilt los 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 wow wow ganz ruhig ich komme gar nicht raus vielleicht über die Bank das ist was ne auch über die Bank kriegt man nicht ne kommst da raus beschiss wie schlecht bist du denn ich hab's geschafft letztes Mal ja eben da kommt mein Best Friend das war doch genau das war doch genau was was wo bist du höh was hat Jocky hat mich was hat die Kürbauer alter wo ist er ich bringe ihn um er war und er ist mitgestorben der ist mitgestorben ich vermute das war ein selbstmordattentik ich räche sie alle es geht so nicht wenn das geräusch gefällt mir gar nicht lassen mir gefällt auch gar nicht dass er da hinten angerannt kommt ich weiß was ich meine was du weißt was ich meine was ich sagen wollte ja ich habe übrigens mein medefekt dadurch verloren dass ich sehe das für gebrauchen können Mokotok nicht nur aber Prozent jetzt gleich schlecht das stimmt das irgendwie vor meine Person ist jetzt richtig gut aus seitdem steht dass er dann drin haupt zähl ich habe ein paar Malte die Siegel aus dem Weg und ich will wieder leben nicht aus dem ich wollte ich da das ist das wurde die Kompost damit ist er ich heiße ich habe und meine Sachen wollen nicht ich habe noch ich habe eine Pistole ich bin schon traurig muss ich meinen okay Okay, nein, hier kommen schon noch Sachen. Ich will aber meine Waffe wieder haben. Die kann ich dir aber nicht geben. Ich habe mich schon die Anzeit gefragt, dass wenn wir hier reinfallen, ob wir dann auch sterben. Nein, da lautet man so langsamer. Und ich laufe gerade sowieso schon langsam, weil ich noch einen live habe, was nicht ein, ihr mein Medicare zu benutzen. Will werden hier Hilfe weg. Ach so, du willst ja das nicht benutzen, dann kriegst du das nicht. Nee, bis auf. Nee, gibt es auch im Sollos, du Wurst. Ja, ich sagte gerade noch, meint, ob du willst, wie kann es denn geben, wie kann es denn geben? Ja, ich sag nicht, du kannst es nur heilen. Ach so. Eine zweite Pistole. Ja, dann stirbt mal, dann kann es sie geben. Ja, ich muss mal irgendwie mit Stopp in meine Pistole, hier noch. Brust in der Buben, das will ich nicht. Ach, da. Da ist er. So, wollen wir mal weiter? Nö. Ja, wenn ich müsste, wo? Fettensegen. Da, wo um so was landet und wafer und ihr nicht auf den Spaten, weil ich schlafe. Diese Schleifte dann. Schön, Paket mit Spring. Ja, dann halt dich machen. Warum nicht? Das ist noch nicht ein, dass ich nicht tot bin. Daut ja eh nicht mehr lang. Ein Hit. Ja, ist übrigens streng, Moni. Andererseits, ich nehme, ich nehme um ein High-Pack. Wo so wird eine Waffe. Weiple, die ist ein Hunter. Nee, das war Brightcap. Aber unter uns ist irgendetwas. Es kommt aus dem Schatten. Ja, ich bin schon wieder. Ich steh die Tür. Ich bin zu blöd, um die Tür zu gehen. Du bist zu fett. Das ist nicht. Sehr wahrscheinlich müssen Charter. Ich bin der, ich bin fett. Ach so, bei deinem. Da du wirst einfach durch, ne? Ja, ich habe wenigstens und eine Scheißwaffe haben, wo ich mir Sprengmonie holen kann. Jetzt soll ich zu tun. Wow, Charter. Down. Ich bin mir jetzt streng, Moni. Mach das. Ach, jetzt ist er wieder, neue Waffen. Aber keine Tollen. Wir warten doch. Da kommen übrigens auch, äh... Best friend forever. Au, 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 au. Oh, 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 sie kommt von Nennen. Ha, ha, ha. Ups, jetzt habe ich Prycaps in den Popo. Puck. Und Puck. 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 Und Puck. Oh, diese Kettensäge nimmt einem voll die Sicht. Ja, und man soll auch total langsam. So toll ist sie nicht. Ja, man muss aber auch nicht so genau ziehen. Aber man bekommt richtig viel Schaden, weil man sich... ähm, nicht mehr ausweichen kann, so, ne? Wo geht's nie lang? Nie lang, glaub ich. Oh, ich weiß es nicht mehr. Bitten ins Gebüsch. Da hinten ist ein Auto. Doch überhaupt nicht gefährlich. Ach, hier sind so planken. Da geht's lang. Ah, ich komm da nicht hoch. Machchetti. Ich nehm die Machchetti. Ah, fu. Nimm die Scheiß Kettensäge. Dahinten ist ein Molli. Ich hörne Witch. Soll ich mit einer Kettensäge. Ich hab das Gefühl, dass wir im Kreis laufen. Kann das sein, dass wir nicht in die Richtung müssen? Ja, hier könnten wir lang müssen. Oder? Ja. Lass mal auf die anderen warten. Achso. Weil jemand anders läuft in eine andere Richtung. Na, 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 na. Das ist so, wie Schnadera-Schnadera-Teng ist. Schnadera-Schnadera-Teng? Ja. Das ist so, so... Genau, so nennt man Dixi-Kloss. Achso. Okay, gut zu wissen. Sollt man den Boomer, der hier irgendwo umgammelt? Oh, oh, Charter. Oh, oh, alter. Wo kam der denn? Der Boomer, den hab ich gleich getötet. Einmal Freikettung, äh, alter. Ich klatsche euch alle um. Oh. Umsonst macht die Zombies weg. Ich geb mir alle Mühe. Wir sind die Wegklatscher. Um, viel geht's lang, oder? Ja. Ich will mich gerade immer über Shift abrollen. Ich klingt Neverwinter. Oh, Schottraum. Juhu! Ich klingt nicht rein. Wie bitte? Ich krieg mir die Packung. Ich klingt nicht weiter. Ja, ich klingt nicht weiter. Jawohl. Jawohl, wuhu! Ja, wuhu! 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 Oh! Wuhu! 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 Vielen Dank.